Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Marktbericht direkt aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart an diesem letzten Handelstag im Monat Januar, wo viele Börsianer sagen, lasst bloß diesen Monat jetzt vorüber sein. Wir freuen uns auf den Februar. Ja, dieser Januar, liebe Zuschauer, der hatte es in sich, der war äußerst turbulent. Und auch am heutigen Tage spürt man hier die Nervosität unter den Händlern hier hinter mir auf dem Börsenparkett. Aber es geht aufwärts mit dem DAX und der Rückenwind, der kommt aus Fernost, in Japan deutlich steigende Kurse. Der Nikkei fasst drei Prozent drauf, in Shanghai der Leitindex mehr als drei Prozent im Plus. Und das liegt an der Bank von Japan. Die BOJ gibt weiter Gas im Kampf für Inflation. Man ist auf der Suche nach Inflation und jetzt führt Japan auch Strafzinsen ein, senkt den Leitzins um 20 Basispunkte auf jetzt minus 0,1 Prozent. Denn abwarten, ob das wohl helfen mag. Heute hilft es auf jeden Fall und gibt den Märkten ein wenig Schwung. Wir schauen auf die Top-Themen des Tages. Es gibt Quartalzahlen von zwei US-Riesen. Blicken wir auf Amazon. Amazon hat die Zahlen vorgelegt zum abgelaufenen Weihnachtsquartal. Der Gewinn wurde mehr als verdoppelt auf 482 Millionen US-Dollar. Und trotzdem sagen viele Börsianer, wir hätten noch ein bisschen mehr erwartet. Enttäuschend für einige Marktbeobachter ist das Umsatzwachstum von nur in Anführungsstrichen 22 Prozent. Der starke Dollar, der hat hier abgebremst. Und heute geht es mit der Aktie entsprechend runter und zwar auch recht deutlich. Verkehrte Welt dagegen bei Microsoft. Hier ging der Umsatz zurück im abgelaufenen Quartal um 10 Prozent. Das Ergebnis um sogar 15 Prozent. Die Cloud läuft besser. Im Stammgeschäft sieht man aber Bremsspuren, aber die Zahlen kamen besser raus als erwartet. Und deswegen geht es rauf mit der Aktie von Microsoft. Es hätte also noch schlimmer kommen können. Schauen wir auf die Eckdaten. Der DAX am Vormittag bei 9.772 Punkten. Ein Plus von immerhin 1,4 Prozent. Der Dow gestern plus 0,8 Prozent. Er hat geschlossen bei 16.069. Euro-Dollar etwas leichter. Minus 0,4 Prozent bei 1,098. Und die Fein und zu Gold bei 1.112. US-Dollar ein leichtes Minus von 0,2 Prozent. Ja, wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Dieser Börsentag verspricht noch einiges an Spannung. Bleiben Sie also dran. Das war der Marktbericht hier direkt aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart. Das war der Markt.